klick und genehmigt herzlichen dank herzlich willkommen liebe michi wir haben ein interview mit einer von zweien und ich begrüße dich ganz herzlich hier und vielen vielen dank dass du etwas von deiner zeit an mich und meine höhere abtrittst gerne ich freue mich auf unser wiedersehen also das war wirklich du bist eins von den beispiel ich liebe das so wenn ich so ein riecher habe und du hast dich ja wirklich bombig entwickelt muss man ja so sagen seit wir das letzte mal miteinander zu tun hatten so ja online ganz ganz toll liebe michi das buch was in der leseliebe war vor zwei wochen nennt sich unteraffen ist schon das zweite buch von michi und das hat sie gemeinsam mit ihrem mann geschickt und frage nummer eins an mich hast du den mann gesucht oder habt ihr euch gefunden wir haben uns tatsächlich gefunden und zwar beim tanzen also wir kommen beide aus dem gleichen ort kannten uns aber nicht weil mark ist ja ein stück älter max ja über acht jahre oder acht jahre älter und wenn ich auf dem spielplatz war war der um den bolzplatz war der im jugendraum weil ich im jugendraum war der schon wieder aus dem jugendraum raus und wir haben viele jahre erfolgreich aneinander vorbeigelebt und vor acht jahren hat sich in unserem ort eine tanzgruppe gefunden zusammen also da ging es darum wir gade mädels ich komme ja aus dem kölner ex sage ich mal eineinhalb stunden von köln entfernt aber der einfluss ist weit die gade mädels und die jungs wollten eigentlich ein männerballett tanzen also wo nur männer zusammen tanzen spaßes halber und unsere trainerin hat aber gesagt die macht nur eins und ob wir die gruppen nicht zusammenlegen wollen also dass die mädchen mit den jungs showtanz machen und dann wählt man sich halt so mottos aus und unser erstes motto war tarzan und ja irgendwie haben wir uns dann gefunden was cool sehr sehr schön ja ich liebe meine fragen wenn sie denn treffen gut und das jetzt habt ihr also nicht nur zusammen getanzt sondern dann habt ja auch noch eine hochzeitsreise gemacht weil das macht man ja so aber das macht man eigentlich oder man wer ist schon man die hat es irgendwie anders gemacht ja also was sagen mag und ich wir haben richtig schnell geheiratet nach zehn monaten wir ja wir haben zwar zeit und wir haben auch sehr unkonventionell geheiratet nur zu zweit wir waren ein paar tage später mit unseren eltern essen aber eigentlich auch nur weil uns also wir wollten mit unseren großeltern für die fach wir das so besonders unsere Eltern waren so ja gut die holen wir dann auch mit und dann haben wir so gesagt dass wir unsere flitterwochen in südafrika machen denn ich bin ja mittlerweile seit neun jahren im wild tierschutz in südafrika unterwegs ich arbeite da mit affen wir ziehen verletzte und verweiste tiere auf und wildern die aus und für mark war es ein ganz großer wunsch da mal mitzukommen und ich habe mir natürlich auf der einen seite immer gewünscht dass jemand mitkommt auf der anderen seite musste ich sagen wollte ich es auch nie also es musste schon mehr besonderes sein weil ich hatte immer angst dass wenn leute mitkommen dass sie mir meinen ort kaputt machen ich weiß nicht ob du das kennst dass du so orte hast wo du ganz verbunden mit dir wirst und dann hat man ja auch manchmal angst andere menschen mitzunehmen weil man so denkt die könnten das kaputt machen oder die erfahrung die man sonst immer da hat mark war der erste mensch bei dem ich gesagt habe mit dir würde ich das zusammen machen und dann dachte ich ja gut da kann man ja auch direkt heiraten und deswegen haben wir tatsächlich flitter noch mal als freiwilligen helfer gemacht in südafrika also ja so umgekehrt also erst die hochzeitsreise geplant und dann auch dann können wir auch ja das war irgendwie alles das alles chaotisch ich mag fragen also der eigentliche plan der steht auch nicht im buch haben auch in keinem podcast erzählt jetzt auch so mit prämiere der eigentliche plan meinerseits war tatsächlich wenn mark tatsächlich mit mir nach südafrika kommt also wenn ich das will und er das auch dann frage ich ihn da ob er mich heiraten diese reise war irgendwie schon im angedacht und dann dachte ich mehr gott selbst ist die frau ich will doch nicht im 13 jahrhundert wenn ich will das hole ich mir und dann dachte ich ja wir sind dann ja auch erst ein jahr zusammen also wird es schon hinhauen früher war ja eh nicht wer mag es ja eigentlich total der rationale typ so mindestens zwei jahre zusammen bevor man zusammenzieht nach drei jahren acht monaten kann man über die hauptzeit alles bei dem alles stringent nach regeln dann waren wir nach fünf monaten zusammen australien und weiß der geier warum hat er mich gefragt ob ich ihn heiraten will und dann wurde die angedachte südafrika reise zur hochzeitsreise aber eigentlich wollte ich mag da fragen ob er mich heiraten wird und einen tag nach der hochzeitsreise also nach dem antrag war ich auch echt ein bisschen beleidigt hast du kannst du kannst du jetzt nicht einfach fragen ob ich dich heiraten will warum nicht doch nur frage und ich so ja aber ich wollte dich fragen naja und dann wird einfach zur hochzeitsreise gewandt ja sehr sehr schön am liebsten würde ich dir jetzt ganz andere fragen stellen als ich darf das intuitiv kommen das sind die besten gespräche weil ich will ja so ein eheführerschein plan ich ja damit nicht so viele unbewusste leute heiraten wobei ihr seid natürlich nicht unbewusst aber ich wollte jetzt mal so und wenn man nach zehn monaten heiratet dann entweder ist das dann eben so und dass das passt oder man hat sich überlegt oder wie auch immer oder es sind vielleicht auch so menschen wie ihr die im moment leben und wenn es dann was weiß ich in 20 jahren nicht mehr so ist haben die auch kein problem ja ich war glaube ich das wichtigste ich habe wirklich so eine moment entscheidung getroffen und ich dachte mir es gibt nie eine sicherheit ja was aber bei mir und mag von vornherein klar war musst du lachen wir hatten nicht so ich weiß nicht das kennt man ja bei paaren dass es so schamthemen gibt so man spricht nicht offen über geld man spricht nicht offen über kinder man spricht nicht offen über sexualität man spricht über ganz viele themen nicht offen und plötzlich ist man verheiratet und nach drei jahren ehe stellt man fest wie wir müssen wenn wir zusammen bauen über geld sprechen wie wir müssen das thema kinder das war halt bei uns von anfang an nicht so ich bin halt einfach ziemlich offen und mag hat auch einfach über alles sehr offen mit mir geredet und das heißt keine ahnung ich habe so nach zwei monaten beziehung haben wir einfach so gesagt okay das sind die themen ich habe da keinen bock dass wir fünf jahre warten bis wir jetzt erstmal darüber reden also na wie stehst du denn dazu und es war halt gut wir haben uns zwar im laufe der zeit auch zu diesen themen immer mal wieder verändert und wie unsere sicht auf gewisse dinge ist aber ich glaube immer wieder im austausch zu bleiben ist das wichtigste also diese kommunikation und dann entsteht auch nicht so eine unsicherheit sondern einfach dieses gefühl wessel jetzt passt und wie wir uns in 20 jahren verändern weiß eh niemand aber für jetzt ist die beste entscheidung die wir treffen können wunderschön und der podcast heißt ja auch meine beste entscheidung also super sehr sehr schön weil genau das ist das wenn man sicherheit gibt es ähnlich und deswegen reden hilft schon und toll und wie seid ihr denn auf die idee gekommen jetzt von dieser hochzeitsreise über diese hochzeitsreise auch ein Buch zu schreiben oder hast du da vorher gefragt oder wie ging das das war eigentlich ein trennungsprojekt also ich bin 2020 also nicht zum sich scheiden zu lassen leute sondern da muss ich jetzt einfach gerade so klarstellen schreibt also mark und ich dadurch dass ich am auswand arbeite wir haben extrem viele und auch längere trennungsphasen wo ich vielleicht mal zwei drei monate weg bin und nicht zusammen leben oder ich bin auch in england gewohnt er in deutschland und für diese trennungsphasen suchen wir uns halt immer wieder Projekte und kurz bevor ich damals nach Südafrika 2020, also ein Jahr nach unseren Flitterwochen, kurz bevor ich da nach Südafrika bin, haben wir den Film Wie ein einziger Tag geguckt von Nikolaus Sparks, ich weiß nicht ob du den kennst und dann lesen die sich ja, Alter, dieses und die kennen dann Geschichte und dann, ich bin ja so, mich inspiriert das von und dann hab ich gesagt, ja warum machen wir das nicht auch einfach wenn wir das doch so süß finden, dann machen wir das doch jetzt einfach und Marc dachte so, okay ich kann doch kein Buch schreiben, das muss ja niemand lesen außer mir, hab ich damals gesagt hat sich dann als anders rausgestellt und dann war es tatsächlich so, als ich dann nach Südafrika bin, hab ich das erste Kapitel geschrieben ich hab's ihm dann rüber geschickt und er hat mir immer die Antwort geschickt und so kam das dann einfach, dass das daraus entstanden ist und das Buch, in Anführungszeichen war ja auch schon im April 2020 zu Ende geschrieben also vor vier Jahren dann hat das vier Jahre auf unserer Festplatte vegetiert und nachdem unbändig ja schon relativ erfolgreich als Buch war hab ich dann so zu Marc gesagt komm schon, es wäre eine perfekte Fortsetzung sollen wir uns dann nicht einfach mal gucken ob jemand das spannend fändt, weil es ist witzig es ist humorvoll, die Leute können viel für sich mitnehmen es macht Spaß und dann hat er gesagt, ja wir können ja mal Bewerbungen rausschicken weil bei meinem ersten Buch hat das über ein Jahr gedauert bis ein Verlag zugesagt hat dann haben wir sonntags die Bewerbung rausgeschickt und montags hatten wir die erste Verlag zugesagt also ich finde das insofern schön, ich finde es immer schön wenn zwei Sichten von, also zwei Perspektiven von einer wenn man das so auf einmal hat und dann finde ich es auch insofern interessant als bei mir im Coaching, wenn man sich über Kindererziehung oder irgendetwas nicht so einig ist dann sage ich dann stellt doch mal jetzt eine Weile des Sprechens ein damit nicht immer einer wieder Widerworte gibt sondern schreibt jetzt mal was ihr zu den verschiedenen Themen meint und das funktioniert so toll weil dann eben nicht dieses Diskutieren kommt sondern dann kann man mal in Ruhe ausschreiben quasi und weil hier habt ihr ja teilweise schon recht verschiedene Ansichten und das finde ich so schön wenn es dann eben so so nackig steht das dann da so und das darf auch so stehen bleiben gefällt mir gefällt mir super gut und außerdem ist es ja auch so dass man euch dadurch dann ein bisschen kennenlernt und auch so dieses finde ich übrigens ganz ganz toll ich habe ja nun 35 Jahre Erfahrung mit Beziehungen mit Fremden mit eigenen noch länger aber egal dieses was für Typen es lange miteinander aushalten oder auch nicht wie verschieden oder wie gleich die sind da kann man ja auch nichts zu sagen da gibt es überhaupt keine Regel auch da gibt es keine Sicherheit keine Garantie du sagst einerseits Gegensätze ziehen sich an und andererseits sagst du gleich und gleich gesellt sich gern ja und ich glaube dass irgendwo in beiden ein bisschen Wahrheit liegt also wenn ich Marc und mich anschaue wir sind zum Teil richtig verschieden also ich sage immer der Weg der Anerkennung führt durch die Trigger wir sind teilweise sehr verschieden Grundwerte irgendwie meiner Freiheit mag es werden Sicherheit das heißt charakterlich auch ich liebe meine Selbstständigkeit Marc ist super gerne Beamter also weil er ist bis heute auch gerne Beamter weil er so denkt das ist sicher und es gibt mir Raum und halt und dann habe ich aber festgestellt es ist gar nicht so dieses Äußerliche was gleich sein sollte also Leute fragen sich häufig welchen Musikgeschmack hast du was ist dir wie wichtig ich finde wichtig ist dass man gleich ist auf einer Vertrauensebene dass man sich gegenseitig vertraut und dass man trotzdem gewisse Überschneidungen hat also wenn man das so aufmacht glaube ich ist so immer ganz gut jeder bleibt ein bisschen ich ein bisschen du und es entsteht dadurch ein Wir und das ist eigentlich das was wir merken dadurch dass wir sehr unterschiedliche Aspekte haben ist jeder irgendwie noch ein Individuum und das ist uns auch super wichtig weil wir beide nach wie vor alleine reisen weil wir beide auch viel Freiraum brauchen und gleichzeitig sind da aber auch diese Wir-Phasen die halt einfach dann so wo es wirklich nur uns gibt und das ist einfach total schön und in diesen Wir-Phasen da braucht man natürlich aber auch Dinge die einen total vereinen das ist bei mir und Marc die Natur und Tiere also wenn wir dann Wir-Phasen haben dann kampieren wir irgendwo im Wald oder letztens haben wir mit unserem Bildatlas für Vogel draußen gelegen und dann darüber diskutiert ob das ein Grün- oder ein Grauspecht war den wir gesehen haben es war ein Grauspecht und ich hatte recht und diese Begeisterung es war ein Grauspecht und dann wird das ein Grün-Specht oder diese Begeisterung manchmal sind wir auch draußen und Marc fotografiert und in der Natur und in den Tieren mit den Tieren und diese Begeisterung da ist halt unsere extrem große Schnittmenge und dann ist auch fast egal wo wir sind wir haben die Präferenzen für die Affen und für südliche Afrika wir können uns auch hier begeistern ich glaube das ist das Wichtige dass man man selbst bleibt aber trotzdem irgendwas hat wo man sich immer noch gemeinsam begeistert wo man sich immer noch neu kennenlernt wo man weiß ich nicht so erste Date-Gefühle noch hat weil man halt nicht zum 800. Mal ins gleiche Restaurant geht sondern weil man nach wie vor Abenteuer erlebt und deswegen glaube ich gewisse Gegensätze können ganz gut sein weil klar wir können uns tierisch gut streiten vor allem ich ich bin wie ein Pavian ich habe eine richtig kurze Zündschnur wirklich also Marc ist wie eine Meerkatze geduldig ruhig und diplomatisch und ich bin wie der Pavian wenn es ganz schlimm ist dann Paviane sind ja wirklich so wenn die sich ärgern dann können die sich richtig schnell total ärgern sondern das einmal so Rundumschlag und dann gehen die in ihre Ecke beruhigen sich und ich gehe jetzt immer vorher schon in meine Ecke und sage immer Marc ich gehe jetzt ins Büro dann muss ich mich erst mal wundern dann geht aber irgendwie bringt das auch manchmal ein bisschen Leidenschaft rein deswegen freue ich mich über unsere Gegensätze und auch über die Spannungen ab und an und wir haben auch keine Angst uns mal zu streiten oder verschiedener Ansicht zu sein aber diese Übereinstimmungen sind auch einfach wichtig und ja es ist eigentlich eine ganz coole Kombi also ich würde es immer wieder so wählen ich kann es persönlich so empfehlen aber ich habe einen einfacheren Partner mich selbst könnte ich jetzt nicht daten muss ich gestehen ja aber schau mal das ist genau da kommt jetzt so im Hintergrund etwas raus was du nicht gesagt hast wer sich selbst liebt und gut kennt dem fällt das ja alles viel leichter wer ohne Maske unterwegs ist und ehrlich und offen da ist auch da ist die Sicherheit relativ groß dass es auch in irgendeiner Form funktioniert was ich sehr schön fand war dein Bild ich benutze ja die liegende Acht von der Sabine Askordorn die hat mal so ein schönes Bild gemalt mit Gold und Blau also die die liegende Acht ist Gold auf einem blauen Hintergrund und tatsächlich glaube ich die meisten Ehen die bei mir ankommen weil es dann zu Ende ist die sind so geführt worden da war überhaupt keine Freiheit mehr keine Fülle mehr das ist die haben versucht eins zu werden was sinnlos ist das dann ne dann gibt es keinen Mehrwert mehr und immer dieses blöde Thema meine Eltern sagen das immer ich meine Eltern ganz lieb mache gewisse Dinge bewusst anders die sagen immer also ich sage auch manchmal geht weniger liebevoll gesagt Kompromisse ein und das ist so ein ganz süßes Beispiel bei mir und Marc ich liebe Fahrradfahren Marc liebt Bootfahren Marc liebt Wein ich lieb Wasser und dann waren wir am Bodensee im Urlaub und Marc hat es auf seiner Liste geschrieben Weintasting mit Bootstour über den Bodensee und ich sagte so einmal um den Bodensee rum mit dem Fahrradfahren und richtig Action und wir sind dann auch so fein dass wir die Tage getrennt verbringen und dann habe ich zu Marc gesagt pass mal auf der cleverste Kompromiss den wir einfach machen können ist du hast einen geilen Tag und ich habe einen geilen Tag und wir treffen uns heute Abend da wo dein Boot endet zum Abendessen und weiß ich nicht erzählen uns dann beide von dem schönen Tag den wir hatten das machen wir öfter tatsächlich so dass wir klar auf gewissen Ebenen Kompromisse eingehen aber dass wir nicht dass unser Leben kein Kompromiss wird und ich glaube ganz viele Leute machen ihr Leben irgendwann zum Kompromiss und machen dann nichts mehr was sie zu 100% machen wollen weil sie Angst haben Nein zu sagen oder weil sie Angst haben den Partner vor den Kopf zu stoßen aber der Partner ist ja am allermeisten vor den Kopf gestoßen wenn man 10 Jahre lang nur das macht was er wollte um ihm nach 10 Jahren zu sagen all das wollte ich eigentlich nie ich hätte am Bodensee vor 10 Jahren viel lieber die Radtour gemacht und dir zuliebe bin ich damals Boot gefahren und dir zuliebe habe ich die Weintastingtour gemacht obwohl ich die nicht wollte und da auch einfach nicht die Angst zu haben weil im Zweifel das Schlimmste was passieren kann ist dass eine Beziehung nicht hält aber du willst ja auch nicht dass eine Beziehung in der du nicht du selbst sein kannst hält also das war halt immer so mein Wissen war halt immer ich verliere lieber jemanden der mich nicht so annimmt und akzeptiert und liebt wie ich bin als mich selbst und ich glaube das muss die Grundlage jeder Beziehung sein und auch immer die Option zur Trennung also dass man die Trennung auch nicht als was Schlimmes sieht sondern immer als Option da ist dann ist man nicht bereit Kompromisse einzugehen mit denen man sich nicht wohl fühlt sagt aber auch ja zu Kompromissen mit denen man fein ist zum Beispiel gehen wir natürlich in gewissen Bereichen Kompromisse ein aber eine Bootstour werde ich auf jeden Fall nicht am Bodensee machen jetzt kann ich mal was ganz geiles ergänzen weil ich ein Interview mit der Helene Frost gemacht habe die macht Human Design und da haben wir beide übereinstimmend gesagt Kompromisse töten die Ehe weil dann ist keiner mehr er selbst und man kann ja erst der eine dann der andere oder der eine macht das der andere macht das oder also ich bin zum Beispiel mit meinem Sohn in den Skiurlaub gefahren und ja der Hund und der Mann sind zu Hause geblieben Jungs geht auch aber viel wichtiger ist das anzubieten und zu sagen das ist im Angebot kaufst du oder kaufst du nicht und wenn du nicht kaufst dann machst du aber keinen faulen Kompromiss weil dann bricht irgendwas weg ja und das ist so und deswegen dann kamen wir aus dem Bodensee heim und meine Eltern meinten wie war der Urlaub und ich hatte halt im Endeffekt Zeit den ganzen Bodensee zu umfahren das war so toll Marc hatte halt Zeit viel zu fotografieren wir haben uns jeden Abend getroffen wir haben uns darüber ausgetauscht waren dann abends irgendwie noch zusammen schwimmen und es war einfach so schön und waren auch natürlich zusammen Frühstücken und meine Eltern so oh Gott ist ja Anfang vom Ende wenn man nicht mal mehr im Urlaub zusammen Zeit miteinander verbringt und ich hab dann einfach nur gedacht nee gar nicht wir machen ja Dinge zusammen aber wir erlauben uns auch dass jeder noch er oder sie selbst sein darf und das finde ich so wichtig nicht auf Riegen und Brechen maximal viel Zeit miteinander zu verbringen zu müssen sondern eine Balance zu schaffen aus Aktivitäten die wir ganz bewusst zusammen machen wollen und Dingen wo ich auch einfach sage ich möchte das alleine machen also heute Marc meinte auch mal wollen wir mal zusammen Fahrrad fahren habe ich gesagt das ist meine Me-Time nein also ich will auch einfach nicht zusammen Fahrrad fahren ich will das alleine machen das ist meine Zeit da fehlen meine Haare da fühle ich mich wie Kind und frei maximal höre ich meinen Hund mit weil der verstärkt mein Freiheitsgefühl aber ich möchte mich dabei gar nicht unterhalten das ist mein Abenteuer für mich hier in Deutschland ich auf dem Fahrrad ist unfassbar schön könnte sein dass da irgendwann in 10 oder 20 Jahren noch mal eine Variation von den Fahrradtouren kommt aber gut die begleiteten Fahrradtouren deswegen also ich kann dir da nur zustimmen und Menschen Mut machen weniger Kompromisse einzugehen und wenn man was aber auch fein ist ich sehe das halt super auch so dass Menschen so lange Kompromisse eingehen auch mit denen sie sich nicht wohlfühlen bis sie gar nicht mehr irgendwie bereit sind auf die andere Person zuzugehen und diese beiden Extremen das ist glaube ich einfach das Problem und von vornherein die Balance da liegt Leichtigkeit irgendwie drin und Interesse und ja und 100% wenn man was zusammen macht weil das ist ja ein Kompromiss sind keine 100% und du kennst das doch auch wenn du so Multitasking machst je nachdem also wenn du jetzt nicht gerade schwanger bist oder stillst dann ist Multitasking dann ist das Ergebnis niemals geil irgendwas bleibt da immer auf der Strecke und so ist das glaube ich auch bei Kompromissen bei Paaren ja und einfach auch wenn du dann mit dem Partner zusammen bist diese Präsenzzeit genießen weil naja wir müssen halt auch ich muss das auch einfach so sagen wie ich das finde wenn ich ja 24.7 rund um die Uhr Uhrzeit mit meinem Partner verbringe dann passiert da ja auch nichts mehr und dann ist es ja auch kein Wunder dass das vielleicht langweiliger wird wenn man sich nichts mehr zu sagen hat weil man alles immer zusammen macht und wenn man aber auch immer wieder Raum für sich hat und zusammenkommt ist man mit einem ganz anderen Fokus dabei deswegen sagen viele Leute immer mir tut das so leid und ich heule auch immer mag es halt noch schlimmer ich heule am schlimmsten bei den Tieren und mag es halt am schlimmsten bei mir wenn wir dann wieder acht Wochen Fernbeziehung haben dann stehen wir in Frankfurt am Flughafen und die Leute denken die Welt würde untergehen und wir auch und wir wollen sich verabschieden und das ist so schlimm und wir winken uns drei Stunden hinterher und tauschen die Liebesbriefe aus und denken warum machen wir Fernbeziehung aber es ist eigentlich auch immer total toll weil wenn wir zurückkommen oder auch in der Zeit wir haben so viel was wir miteinander teilen so viel zu erzählen wir können dann sechs, sieben Stunden wandern gehen und uns gehen die Themen einfach nicht aus und das ist halt glaube ich einfach was was wir wieder lernen dürfen diese Präsenz in allem was wir tun sei es die Beziehung aber darüber eben auch hinaus die Beziehung zu uns selbst die Zeit die wir mit Freunden verbringen dieses verbunden mit dem Moment sein das bringt ganz viel Qualität ins Leben und das war wenn ich so schaue was auf einer tieferen Ebene sich abgesehen vom Außen verändert hat es ist das ich bin verbunden mit meinem Beruf wenn ich in meinem Job bin bin ich in meinem Job wenn ich bei meinem Partner bin bin ich bei meinem Partner wenn ich bei den Affen bin bin ich bei den Affen wenn ich mit meinem Partnerkind bin bin ich bei meinem Partnerkind und diese Präsenz das steigert im Endeffekt effizient die Lebensqualität und damit auch die Qualität zu allem was dein Leben beeinflusst also Beziehung, Beruf, Partnerschaft und man wird einfach viel effektiver weil man weniger Zeit anderswo verschwendet verschwendet genau Verschwendung ist das ist dann unbewusst und das was ihr macht ist bewusst das ist ja sowieso der Trend in der Zeit es wird ja nur gut weitergehen wenn mehr Menschen sich bewusst werden aller Dinge die da sind also richtig, richtig cool was wir hier alles rausholen cool ich glaube nicht dass wir darüber reden aber mir gefällt es ja ich habe ja immer keinen Plan außer das Zwischenelement das bringe ich dann jetzt mal und zwar dein Zukunftsplot den du aus deiner aus deinen Ressourcen so befreit hast aus deinen Träumen der jetzt die Träume die jetzt laufen lernen die haben etwas mit diesem Buch zu tun oder auch nicht also jedenfalls ich habe mal eine Geschichte vorgelesen aus diesem Buch von Jorge Bukai und das da sind sehr sehr schöne Geschichten drin und das ist gleich die erste Geschichte und das ist der angekettete Elefant und apropos angekettet als du gesagt hast ich habe ein neues Programm das heißt Unchained da dachte ich direkt oh ja das passt erzähl im Prinzip für alle so gar nicht wissen was wir machen meine Vision oder was ich mir einfach wünsche ist dass wir zum einen mit unserer Arbeit sehr vielen Tieren wieder ein Leben in Freiheit schenken das kommt ja auch im Buch raus und Element Town wichtig dafür ist dass wir Menschen wieder anfangen uns mehr mit der Natur den Tier und uns selbst zu verbinden und daraus entstanden sind viele Dinge die nicht geplant waren aber die einfach so kamen Reisen Bücher aber auch dass ich mich mehr und mehr mit Philosophie und Persönlichkeitsentwicklung befasst habe und ein Projekt was ich so seit zwei Jahren im Kopf hatte und ich habe das vor zwei Jahren mal so einem Business Berater gepitcht also ich hatte vor zwei Jahren irgendwie habe ich auch wieder aufgegeben aber vielleicht gibt es auch andere Business Berater aber egal vor zwei Jahren hatte ich so den Gedanken cool wir brauchen jemanden vielleicht der uns unterstützt und ich hatte damals diesen Gedanken von einer Workshop-Reihe wo es immer nur um ein Fokusthema geht also wo man ein Fokusthema hat an dem man arbeiten kann weil manche Menschen haben ja so ein Thema mit Selbstwert andere haben so ein Thema mit Stimmungstief also dass die Stimmung viel hoch und runter geht was übrigens bis zum gewissen Grad total normal ist wir alle haben gute und schlechte Tage aber auch so Themen wie Manifestieren oder Energie oder Motivation ich habe halt das Gefühl viele Leute wollen nicht immer ein 8, 9, 10 wöchiges Programm manchmal machen sondern ein Fokusthema wie mit deinem Eheführer die wollen vielleicht keine dreimonatige Fahrcrashkurs haben sondern die wollen halt einfach spezifisch für das Thema Ehe in dem Fall etwas haben was sie an die Hand bekommen und in meinem Fall kriege ich halt immer wieder Nachfragen zu gewissen Themen da habe ich das damals gepitcht dann meinen die nee sowas macht man nicht und dann dachte ich so okay dann mache ich das halt nicht aber das hat mich nicht mehr losgelassen und das Jahr 2024 ist für mich das Jahr meiner Intuition ich treffe alle Entscheidungen vor allem unternehmerisch wieder sehr intuitiv und habe jetzt gesagt nee ich kram das jetzt aus das ist immer noch da ich weiß auch schon wie das Cover aussieht also das will ja jetzt auch irgendwie auf Papier und deswegen wird es halt einfach in diesem Jahr Workshops geben und der erste Workshop der ist 30.05. sogar schon zum Thema Stimmungstief weil ich einfach so oft Nachrichten bekomme wo Menschen zum einen das Gefühl haben Stimmung man müsste immer gut gelaunt sein und zum anderen aber ihre Stimmungstiefs verstärken also ich sage das manchmal bei Bekannten dann will sie mal so damit sich jetzt niemand hier angesprochen fühlt dass wenn es einem schlecht geht dass man irgendwie noch Dinge tut die das Ganze verstärken und dass so die Steps aus dem Stimmungstief raus und in eine stabile Stimmungstage für viele schwierig sind und da freue ich mich einfach drauf weil für mich sind das immer Themen und da schließt sich der Kreis zum kleinen Elefant mit dem wir uns so ein bisschen im Alltag begrenzen wo wir uns so ein bisschen das Potenzial vielleicht rauben ein bisschen erfüllter oder glücklicher oder zufriedener zu sein und ihr Wunsch ist einfach da wo du Ketten hast die zu sprengen Ja wunderschön in der Geschichte in der Geschichte geht es ja darum was ich auch immer wieder bei meinen Mandanten erlebe dass du irgendwann mal gefesselt warst und gar nicht gemerkt hast dass die Fessel nicht mehr da ist Ja Also das finde ich auch sehr tragisch Ja das merken wir ja bei allen also das habe ich ja bei den Achten in den Ausbilderungen auch dass wir so eine prägende Erfahrung haben und werden diese einen prägenden Erfahrungen unser Leben ausrichten aber das war eine Erfahrung so wie das Einkaufen beim Aldi auch eine Erfahrung oder beim Liden oder beim Edeka klar manche Erfahrungen sind prägender als andere definitiv aber im Endeffekt raubt dir keine Prägung des Potenzialen frei zu sein Das ist klar Ich meine einen kleinen Vorteil mit diesen 5% da oben haben wir gegenüber dem Affen schon weil wir eben viel schneller diese Erfahrung oder anders diese Erfahrung kompensieren können Also Wobei ich das Gefühl habe unser Intellekt steht uns oft im Weg Selbstverständlich Wir ja Erklärungen suchen weshalb das da brauchen wir auch nicht das hast du auch sehr schön formuliert Ja Die 5% die wir haben wenn wir die richtig nutzen würden wären die richtig geil Aber ich muss gestehen ich lerne nach wie vor mehr von den Affen Also Leben im Moment Beziehung und auch da auch die Affen spiegeln uns so krass als Marco und ich das erste Mal nach Südafrika sind kam zu Marc nur so wirklich unsichere Männchen und Marc ist in diesen letzten Jahren durch auch seine Rückkehr in die Natur so in sein Selbstbewusstsein bekommen das das war so ganz verrückt da ist das Alpha ausgebrochen und wir dachten okay Alpha Pavia 40 Kilo Eckzähl länger als von einem Geparden wir dachten so gut das wird nicht so geil heute also der ist einfach über den Zaun gesprungen obwohl er drei Meter hoch war und voll elektrisch also keine Ahnung wie da rauskam auf jeden Fall das war letzte Zimbabwe Reise saß statt mir einfach da und er hieß Kuda und wir einfach nur so ins Walkie Talkie scheiße wir haben Kuda gefunden scheiße Kuda kommt auf uns zugelauchen also und wir wussten einfach wir können jetzt nichts bleiben außer ruhig sein und das war so geil weil dieses Alpha Pavia Männchen ist Marc volle Suppe in die Arme gesprungen und hat angefangen ihn zu lausen und ist dann gegangen und das ist halt so eine ganz große Anerkennung von Rang hohen Männchen untereinander für Respekt das ist Aura dann gewesen und das ist halt einfach die Ausstrahlung die wir haben und wir auch durch dieses mit der Natur sein wieder in unsere Präsenz und Kraft und unser Potenzial kommen und ich habe nie so einen selbstbewussten Mann an meiner Seite wie in der Natur mit den Tieren und ja das ist einfach der absolute Wahnsinn wirklich da kann ich nur jedem empfehlen auch für alle die sich mehr mit dem Partner verbinden wollen geht einfach raus weil es hat einfach wahnsinnig positive Effekte auch die eigenen Ketten zu sprengen und zu sehen wer bin ich wirklich wer bin ich wirklich wenn ich mir einfach erlaube zu sein ja und das Schöne ist ja dass da auch dann kein technisches Gerät keine sonstigen Fluchtmöglichkeiten sondern da ist One to One und und die Natur also deine Natur dann auch ne also das ist einfach cool ja sehr sehr schön man sagt ja auch für Kinder ist die beste Entwicklung wenn sie sich langweilen ja und das ist halt super weil Langeweile birgt Kreativität ich weiß nicht ob du Überraschung im Café an Rannen der Welt gelesen hast von Johns Trillekt einen halben Meter John okay und in diesen Momenten der Langeweile wird die Kreativität gefördert und bei uns allen und wir Menschen wir hängen aber viel zu viel am Handy um wirklich wieder zu kreativen Ideen zu kommen und das ist so wichtig und auch eins der Dinge die ich immer wieder merke klar habe ich vor Ort mein Handy irgendwie an mir für Notfälle aber wie oft habe ich da kein Internet oder was auch immer kein Signal und wie oft vergesse ich mein Handy auch einfach irgendwo ich meine das passiert mir auch im Alltag mittlerweile andauernd aber es ist einfach dieser Moment sich mal nicht erreichbar zu machen und wieder bei sich selbst anzukommen das finde ich halt einfach so wichtig und das ist auch für eine Beziehung total wichtig weil wie oft sitzen wir irgendwo im Restaurant und die Leute die neben uns sitzen sind beide am Handy und ich denke mir ey wenn das euer Date des Monats ist dann legt doch eure Handys weg noch viel schlimmer finde ich die Mütter mit Kinder und das ist das ist signifikant also Kinder bauen ja extrem viel Sicherheit durch Blickkontakt auf und dieser Mangel an Blickkontakt das wird total unterschätzt beeinträchtigt das Unvertrauen extrem auch bei unseren Affen der Blickkontakt und die körperliche Nähe darüber gewinnen Kinder Sicherheit gerade Kinder in der oder unsere Affenkinder in der explorativen Phase wenn die so anfangen zu klettern du siehst die ganze Zeit dass die zurückschauen ob du die im Blick hast die lesen ja über deine Körpersprache ob die das jetzt machen können oder nicht ob das gefährlich ist oder nicht ob du in Reischbarkeit bist oder nicht und dieser Mangel an Blickkontakt durchs aufs Handy gucken ist ganz ganz schwierig und für Kleinkinder ihre Umgebung zu erkunden weil die auf unser Feedback angewiesen sind und das sehen wir bei Affen auch wenn ich da am Handy hängen würde dann würde ich meine Affen nie auswildern können weil die nie Sicherheit in dieser Welt finden würden und der gut erzogene Hund ich bin ja hier ich lebe meine Lebensgemeinschaft wir sind ja zwei Hunde und ein Mensch im Moment und wenn der Hund jeder schlecht erzogene Hund guckt nicht nach seinem Herrchen sondern macht sein eigenes Ding und der gut erzogene Hund guckt immer und nicht erzogen sondern ich meine gut bezogen falsch formuliert ne aber Hunde die halt einfach mit ihrem Herrchen verbunden sind die wissen wer Teil des Rudels ist weil mein Hund ich habe auch nur zwei Kilo aber mein Hund läuft immer ohne Leine also außer Großstädten aber ich wohne auf dem Land und ich gehe mit Pocky immer ohne Leine weil ich weiß sie hört die ist halt da wenn ich die rufe kommt die wenn die sitzt sie sitzt die ist halt einfach da und wir sind halt ein Team Pocky läuft auch bei mir neben dem Fahrrad halt einfach her und es macht kein Problem ich muss sagen Marc muss sie hin und wieder anleihen weil Pocky ist ein bisschen frech und wir haben uns also schon ausgeklungelt dass Pocky weiß aber Marc ist schon ein bisschen überfordert mit seinen wilden Mädels ja sehr schön ja die die da hinten an der Wand hängt die hatte ich auch tatsächlich 13 Jahre ohne Leine da konnte ich auch was weiß ich nach Hamburg in die fremde Stadt fahren durch eine Fußgängerzone vor irgendeinem Kaufhaus oder Laden gesagt bleibst du da dass so ein Hund keine Ahnung wie das passiert ist also es lag mit Sicherheit nicht an meinen Fähigkeiten sondern nur an der Bindung also Erziehungsfähigkeiten habe ich keine ich habe jetzt Hund Nummer 7 und 8 7 funktioniert 8 funktioniert nicht ist wie soll ich sagen wie heißt das bei Kindern hyperaktiv und die dreht sich gelegentlich zu mir um aber wenn ich nicht mehr da bin ist auch nicht schlimm dann guckt sie wieder nach vorne ist auch eine Typfrage dann glaube ich das ist auch nur eine Ausrede man sagt ja auch je mehr Kinder desto weniger streng wird man in der Erziehung gut meine Liebe ich glaube wir haben jetzt nichts vergessen ich könnte mit dir ja immer tagelang solange wir immer ein paar Jahre vergehen lassen ist das glaube ich ganz prickelnd was wir hier liefern ich hoffe dass die Menschen was davon hatten du hast gesagt 30.05. geht's los ich kriege dann noch irgendwie einen Buchungslink ja also es kommt ja immer wieder im Laufe des Jahres wenn das jetzt für irgendwen da nicht passt schaut einfach immer mal wieder bei uns rein oder auf Insta da kündige ich das an und dann können die Leute gucken was für sie passt was für sie nicht passt sich einfach mal durch unsere Welt stöbern und ich bin da eigentlich immer ziemlich im Vertrauen dass die Leute das finden was sie wollen also manche wollen lieber Reise manche lieber Kurs manche wollen nur Affenbilder gucken Hauptsache du hast deinen Spaß ja mein Patenkind ist jetzt schon ich weiß nicht wie viele Jahre alt und ist schon in der Wildnis ne fällt mir jetzt gerade so ein gut Sonntagmorgen um 8 es ist heute der 21.05 und Sonntagmorgen um 8 geht dieser Podcast online und ich bin gespannt was wir danach wieder für neue Verbindungen knüpfen weil eine hat ja mit dir schon von der Leseliebe Kontakt aufgenommen und ist dann irgendwie auch sofort bei dir angekommen und nicht nicht bei Marie-Fleur also das fand ich jetzt da habe ich gesagt wie hast du denn das gemacht ja das kommt immer drauf an Marie-Fleur ist aktuell in ihrer Bachelor-Arbeits Abgabephase und ist aufs Thema an also Marie-Fleur macht ja alle meine Marketing-Kermine und managt die für mich ja das kommt immer so ein bisschen drauf an die war restlos begeistert weil das dann so klappte und da sind alle möglichen Sachen aufgebrochen ich finde das immer so schön ich finde wir brauchen keine Tausenden also ich jetzt die das hören sondern Lucy die muss mit dir irgendwo hat sie mit dir geschrieben die hat irgendwie Opa aus Afrika oder so also jedenfalls hatte die schon Bezug und hat es aber ganz vergessen und dadurch dass sie das Buch gelesen hat ist das dann so naja ich habe viele E-Mails am Tag aber ich kann mich jetzt nicht ganz genau wieder erinnern alles gut ist so in meinem Alter ich werde nochmal durchgehen alles gut damit ist die jetzt auch in die Welt gesetzt und Schnitt Cut bevor wir bevor wir es jetzt verkacken hatte ich vorher schon gesagt ich kann nicht schneiden nee alles gut meine Liebe ich wünsche dir von Herzen alles alles Gute ich freue mich wenn wir uns mal wieder in echt sehen das fände ich jetzt auch mal wieder schick aber ich mag nicht mehr so große Veranstaltungen sonst würde ich ja sagen du bist ja wahrscheinlich bei Greater wieder dabei schätze ich nein dieses Jahr nicht wir sind in Südafrika für die hoffentlich Grundstücksübernahme ja gut das heißt das ich bin jetzt in Berlin bei einem SheSiety Event ja dann bin ich in Berlin Laura gibt ja eine Lesung da bin ich als Special Guest und das sind jetzt erstmal die nächsten Termine weil weiterhin bin ich geplant weil hoffentlich also alle Daumen und Zehen drücken die du hast ja ich glaube das jetzt mit der Übernahme des Grundstücks das wäre sehr gut und ab da muss ich halt einfach flexibel sein das zu planen vor Ort zu sein entrümpeln aber ansonsten seid ihr immer noch in der Nähe von Trier oder wie mh weil das ist ja so weit auch nicht wo bist du? in der Nähe von Köln also ach krass eine Viertelstunde das ist jetzt echt nicht so weit ja 90 Minuten vermutlich ja wie lange gehen wir nach Köln eine Stunde 30 ja gut aber ich bin ja also ich bin ja mit meinen zwei Tierchen immer mal wieder ich mache ja Walk and Talk auch und gehe mit den Leuten wandern damit sie Luxemburg ist zum Beispiel auch ein schönes Ziel bei euch da eben in der Nähe wo man mal Wochenende mit Mandanten hinfahren könnte oder naja ich mache das mal Bist du denn noch als Rechtsanwältin aktiv? also ich habe jetzt mein Portfolio so geändert dass ich als Rechtsanwältin werde ich bleiben bis ich nicht mehr da bin aber ich gehe nicht mehr selber zum Gericht das macht jetzt eine junge Kollegin und ich beschäftige mich damit wie lösen wir Verbindungen wertschätzend Auge in Auge wenn das am Ende nicht mehr so war mit dem Auge in Auge dann stellen wir das wieder her ob für die Kinder oder für einen selber und dann dass die Menschen auch den Weg zu sich zurückfinden also im Wesentlichen geht es um Entscheidungen neue Entscheidungen kannst du zum Beispiel auch treffen wenn dein Mann gestorben ist was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens alle so eine Sachen also mit 60 plus macht mir das auch Spaß den Leuten dann nochmal eine andere Perspektive zu zeigen und mal zu gucken auf ein Tablett was wäre eigentlich sonst noch möglich ja mega gut ich glaube weil so viele Trennungen verlaufen ja so unschön und da leiden ja am Ende alle Beteiligten darunter also das Paar mögliche Kinder Hunde die überfügt sind Körper Gesundheit ja deswegen mega gut ich glaube das ist das muss ja auch vielmehr halt einfach noch das Schlichtung und wieder eine Augenhöhe herstellen und sich Wertschätzen zu trennen ja und das wieder zurück zu sich geht du hast wenn du so eine Ehe führst dann musst du ja nur das hier auflösen wenn du aber so eine führst dann gibt es die Probleme oder wenn halt einer so über den anderen drüber wenn man nicht mal sich in der Mitte getroffen hat sondern hier war der eine und man hat sich einfach draufgelegt um alles recht zu machen ja ja das ja noch ja okay ja aber ich finde das auch also ich sehe das auch immer wieder in Beziehungen wo sich ein Teil komplett verliert ja wo du diesen Satz sagst habe ich einen wundervollen Mandanten gehabt der ich liebe ja ich liebe ja aber Männer die weinen können finde ich schon gut ne und wie der und wie der dann sagte also ich ich verstehe es nicht ne ich habe ein Haus gebaut für Frauen und Kinder und so weiter und so weiter und irgendwo habe ich mich verloren war so die Zusammenfassung von der Ehe und das war schon fand ich schon schon schlimm ne ja das finde ich sehr cool wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt ich freue mich verlinkt mich bitte sobald die Podcast Folge online kommt dann kann ich das ich schreibe nochmal mit Maris Löhr was wir da reinschreiben und wir nehmen dir das alles ab konzentrier dich auf die wesentlichen Sachen du der nächste wartet ja es ist 16 Uhr 1 und wir warten noch raus 16 Uhr das kriegen wir locker hin ich freue mich ich trinke dich auf der Ferne mach's gut